Ein Flint haben wir, wir brauchen nur noch zwei Stück. Zwei haben wir irgendwo Keys? Mhm, glaub nicht. Dann machen wir erstmal ein Black Furnace. Soll ich ein bisschen was von dem klauen gehen? Ah, hier hast du noch ein paar Charts. Ein Iron Furnace, ein bisschen Redstone, Electronic Circuit. Was brauchen wir? Ich kann gerne auch, ich geh mit Mats da ein bisschen was holen. Iron, ja wir brauchen Flint und ein bisschen Iron Furnace, Copper Cable, könnt alles mal so machen. Warte mal, ganz kurz noch, ich mach nur ganz kurz noch. Ich möchte eine Eisenrüstung haben jetzt, komm. Warte, dass du tun erst Mace raten, Mats, wirklich. Also, dass es verdoppelt wird, Mats. Wir brauchen Rubber. Mats, geht's down, Mats, geht's down. Warte, wir haben sechs Rubber, Nils. Ja, aber wir brauchen mehr. Okay, ich guck mal, ob die haben. Nein. Und du kannst dann mal ein bisschen Bäume fahren gehen, dann. Guck, ob sie ein Settling ist. Der Hendrik, der Hendrik geht Bäume fahren und ich klauen. Das kann nicht, das kann nicht gut. Also, ich möchte gucken, wie du klaust. Ich möchte die Art sehen, wie du. Ich guck, ich guck offensichtlich in die Kisten dran. Das letzte Mal hab ich auch nichts gemacht. Und ich guck mich einfach um und tu so, als würde ich mich umschauen. Boah, ich fühl mich jetzt voll geil mit meinem roten Schwert, du. Sieht nämlich voll, voll okay aus. Hendrik, würdest du mir hinterher kommen und mich beschützen? Ja, ich komm, ich komm. Rann halt nicht so schnell, du. Ich fühl mich voll OP mit meinem Schwert, du. Richtig geil. Oh, da ist ein Zombie. Den hol ich mir. I'm on the road. Die sind alle hinten drin. Jeder einzelne. Stimmt, du siehst. Wahrscheinlich kommt gleich der Dachsel hoch. Ja, nee, der muss ein bisschen überwachen. Dann sag ich, ich wollte dir nur zeigen, was ihr so habt. Nee, genau. Ich sag einfach, ich wollte es in der Kamera mal haben. Für die, die nur unsere Sicht sehen. Weil unsere Sicht einfach die geilere ist. Oh, ein Angry Zombie. Komm, gib mir naja. Wohl, er hat noch ein Gehirn getroppt. Was bringt jetzt die Gehirne? Nee, jetzt. Da kannst du ein bisschen mitzaubern. Geil, geil, geil. So, ich bin auf dem Weg. Was glaubst du alles? Warte kurz, ich schau, wer hochkommt. Ich komm, ich komm hoch. Keiner von denen. Okay, Killer Priest. Ja. Wir blieben uns kurz. Achst du? Was machen wir jetzt? Robber, Robber, Robber. Robber. Hier sind die... Warte kurz, ich bin kurz am Schna... Oh Gott. André, kommen die? Ich glaub nicht. Doch, der Christoph kommt. Okay, Robber. Nee, tut er nicht, tut er nicht. Oh, Alter, 16 Diamanten haben wir schon auf jeden Fall mehr. Robber. Wie sieht Robber aus, Nils? Robber, entweder ist es so gelb, so orange oder ist es schwarz. Die haben das nicht. Warte mal. Was brauchen wir denn noch, Nils? Alter, die haben Robber. Robber Tree Sapling. Gönne ich mir mal einen. Copper. Nils, was brauchen wir denn noch? Ein bisschen Copper. Ein bisschen... Die haben so ein Stein-Zahnrad. Ja, Nils. Copper in God? Ja. Alter, die haben so eine Stein-Produktion, Alter. Die ganzen Steine gehen da so die Kabel hoch, ey. Ja, ja, das können wir auch gleich machen. Die machen halt Quirp, die machen schon... Die brauchen aber da ultra viel Energie. Ähm, Hendrik, wo sind die anderen? Hier ist hier nur Christoph. Der, der... Johnny's Cut verbrannt. Der ist der... Ah, ah. Der müsste gleich hier oben sein. Ah, der ist unten, hä? Wahrscheinlich haben die... Die sind nicht auf dem Weg, ne. So. Doch, der Philip ist auf dem Weg, der fährt die Leiter noch. Die haben Tin, Quicksil... Quecksilber... Die haben aber kein... Kein Ding. Die brauchen... Ich geh mal kurz nach unten. Schau mal so. Hendrik... Ich komm auch mal drunter, ich komm auch mal drunter. Ich will's filmen. Oh, ich hab auch so gesehen... Habt ihr... Habt ihr Rubber, Mann? Ja, okay. Oh, wir brauchen jetzt Rubber. Hier kommen Steine durch, Alter. Crank. Ja, die machen wir auch. Frag mal den Philip, bitte, wie die... Wie der... Ne, der heißt... Blockbreaker, okay. Blockbreaker heißt der. Alter, wie das hier aussieht, ey. Junge. Die haben voll die Technik, Alter. Die haben ja sowas freigeräumt, ey. Das waren die Dinger. Das waren die meine Totten. Ja. Also, ich hab... Ich hab fünf... Ähm, Kopper in Gott geklaut. Ich geh mal nach hinten schauen. Kopper hast du? Okay. Also, die haben... Die haben so Lava-Energie in hier. Die haben Lava-Zellen. Ey, was ist das hier? Hendrik, Hendrik, komm mal zu mir. Ich komm mal. Hier sind so Erste und so, was ich stelle. Ja, das ist... So was wie Lapis kommt da raus. Also, so fehlt hier auch überall. Schau mal mal. Alter, das ist ja riesig hier. Ey, Jonas überwacht das hier unten. Das ist ja riesig hier, Alter. Okay, hier ist dann die Lava. Okay, jetzt wollen die, glaube ich, nicht mehr, dass wir da sind. Warte, hier geht's bis nach unten. Ich guck nur, ganz lieb. Hier haben die Redstone-Ding. Was macht das, was macht das hier? Ich will wissen, was das hier macht. Wo kommen die, wo kommen die Steine her? Die haben auch schon so Eisen-Chests. Fährt die Turtle immer hier vorbei, oder was? Halt mal deren Rubber-Trees um, bitte. Ich hab einen Rubber-Sapling von denen. Ja, dann komm her. Ja, ich komm. Vielleicht haben die gemerkt, dass ich ein paar... Ja, Kopper, klar. Kopper ist doch. Kopper haben wir genug eigentlich. Denise wirklich, die wir brauchen. Alter. Ich frag mich nicht, wo die Steine von... Die kommt von unten. Aber da unten ist gar nichts irgendwie... Ich versteh's nicht. Ha, jetzt seht ihr gleich mein rotes Schwert, Alter. Aber der hat ein grünes Scheiße. Okay, die haben hier Kappa. Die haben die... Was tust du? Die haben da so einen komischen... Ich schau immer in die Kisten rein, die sie auch anschauen. Dann merken die, dass die Naht. Die haben hier Nils. Die haben hier so einen schwarzen Stein. Das sieht irgendwie aus wie so ein Ent. Den haben wir auch. Was ist das? Keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall einen oder zwei. Ich glaub wir haben sogar sechs. Was ist das hier? Was ist das mit dem blauen? Pulverizer, okay. Und dann Sterling Motor. Die haben also viel Zeit. Die haben doch auch bald. Ne, das kann's halt nicht so. Ich kann's sehr wohl, aber ich brauch halt ein bisschen Wubber. Wubber. Ich bring jetzt mal den Satz weg. Und ich brauch Krabiel. Sonst können wir kein Reichweiter machen. So. Ähm, ich bring dir jetzt den Copper. Den Copper Sapling, den ich mir bei denen geholt hab. Ne, du wolltest doch das Dach bauen. Ich baue jetzt nicht das Dach. Hast du gesagt. Ich stehe doch unter Druck. Ja geil, wir müssen jetzt... Wir haben jetzt diesen Erfolgsdruck, Alter. Und ich möchte auch so einen unterirdischen riesigen Ding haben, wie die. Einer geht gleich Krabielfarm von euch und der andere. Bitte, bitte, bitte. Krabielfarm. Gravel. Okay, ich hab nicht mehr Zeug, warte mal. Ich brauch nur zwei Flint. Ich hol dir mal am besten ne Schaufel. Zwei Flint, das kann ich auch mit der Hand machen. Wo ist denn Gravel? Ja, bestimmt Under the Water. Under the Water? Frag mal, ob die Gravel haben. Ob sie Gravel gegen ein bisschen Eisen tauschen. Nein. Nein. Wir kriegen so Gravel, ich tausche nicht mit denen. Nicht gegen Eisen. Das kommt notgeil. Wir tauschen halt gegen ein bisschen Holz. Gegen einen Silberwood. Warte mal. Ne, ne. Ich esse jetzt erstmal hier was. So, warte. Ich hab jetzt diesen Robber. Zeppling. Ich setz den mal dahin. Kann man den mit Knochenmehl nicht anpflanzen, oder? Ja. Also der Ding Silvertree ging auch nicht. Minium Scherben. Wir haben elf Minium Scherben. Die sind hier in der teuren Kiste. Ganz rechts unten. Warte mal. Knochenmehl hab ich hier. Und drei. Gell? Ne Jugendsbild. Ne. Ich find keinen Ort. Ah doch der geht. Ne, ist ja im Robber- Robotspie. Ich weiß, hab ich doch immer gesagt. Und jetzt lassen wir aber stehen, gell? Ich mach jetzt alles weg außer. Leute, ich finde kein Gravel. Ich lass oben noch so'n Ding Was? Ja, mach alles weg Oder nee, holz ihn ab, holz ihn ab Ah, hier war so'n Ding noch Da war schon so'n Loch Dann gib mir ja mal das ein Nee, das hab ich nicht Das war so'n wie so'n Astloch Ey, hier gibt's nicht irgendwo Gravel, Junge Ja genau, da ist jetzt so'n eigentlich was gelbes rausgekommen Nee, da kam nix raus Da war nur'n Astloch und ich hab's halt abgebaut grad Ich hab's zu spät gesehen Hendrik, machst du mich mal OP? Ich bin selber nicht okay Über Server Ja, kann ich gleich mal Toll nix, jetzt sind wir wieder keine rausbekommen Warum soll ich den abbauen? Weil ich gedacht hab, da wird vielleicht auch noch aus Dann kann man auch nur die Blätter abbauen Der Stamm wär doch wichtig gewesen Haben wir noch irgendwo so'n Rubber Sapling oder sowas, der irgendwo steht? Nee jetzt? Haben wir noch irgendwo ein Rubber Sapling, der irgendwo steht? Ein Rubber Tree, ja der steht da, der Matz zeig dir Matz zeig mir halt mal den Rubber Tree Achso, weiß ich wo der ist? Ich weiß auch nicht wo der ist, Alter Wieso soll ich ihm den zeigen? Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht, Nils Nils Doch, ich hab ihn dir doch gezeigt da, hier Hier, da oben Da kam bis jetzt noch kein Gummi raus oder was? Doch, manchmal, aber halt Ah, du kannst mit der Ding, du kannst nochmal Ach das ist ein Rubber Tree, ich dachte das geht bei jedem Baum Nein Ich dachte das wär so'n random Baum Ey Warte Ich bin mal ganz kurz bei dir und guck mal ob ich gravel gammeln kann Ah, ich hab noch, ich hab ein Rubber Sapling Nils Nils Ich hab ein Rubber Sapling Wollt ihr unsere Rubber Trees vielleicht bei uns anpflanzen? Ja, da halt Ich will, ich würd's nicht so nahe Ich hab's aber angezäunt haben eigentlich Ah, egal Ja, nils Ein bisschen einwieser Aber hier noch einer Komm, gib mir den Ach, schau, ich darf grad da wärmer Oh Mann, hier gibt's kein Gravel, Alter Was ich stets, Alter Ah, jetzt hier ist dieses Hier so'n Astloch, guck Yes Ja, kann sein Nee, jetzt warte hier, hier Komm jetzt mal Ah, ich hab noch ein Sapling Ach, da Warte ich komm Ja Da Mit dem Ding Machst du jetzt rechtblick auf das Auf das orangen Ding drauf Das Astloch, okay So, jetzt hab ich so, ja, ich hab eins Ich hab zwei Zwei von diesem Zeug da Noch ein Sapling Sehr gut Ah, ich hab keine Knochen mehr mehr Ah, und der ist hier Noch mehr, du Und wenn du die Zeug hast, dann nicht Ich hab schon zwei Copper Äh, vier Copper Ne, jetzt zweifelnd Zwei Ich setz jetzt einfach und bau's wieder ab Okay, wir hätten schon einmal Ein electronic circle A furnace Sorry Circle, ja Circle play Alter, komm, bauen mal die Kacke hier ab, du Zack, zack, zack So, wir brauchen noch ne Bad Box Bad Das ist dieser, das ist der Akku praktisch, oder? Ja, genau, da brauchen wir eh eh Batteries Okay, das geht Ah ne, wir brauchen ja auch wieder Copper Cable Und ich hab ganz viel Copper jetzt Ich hab vier Copper Und ich hab fünf Sapling schon Ne, ey, also Rubber mein ich jetzt halt Ja, Rubber mein ich Ich hab vier Vier Rubber Und Ich hab schon fünf Saplinge nochmal Hast du noch ein bisschen Ding? Ne Das wär gut Okay, ich hab zwei Flint Ich hab zwei Ich hab drei Komm Das war's Nicht viel Ja, da kommt jetzt noch mehr, du Der Babu bist du, Hendrik Du bist der Babu So, ich hab sechs Saplinges Ja, also ich bin aber auch ein Babu Ich bin aber ein kleiner Babu Nicht so ein großer Babu wie ich Doch eigentlich schon Naja Naja Toll, Hendrik eins fehlt noch für sechs Für sechs Du kleine Roliger Strafenköter du Komm jetzt Hendrik eins Ich such ein Loch Warte Da oben ist ein Sapling Ich hab auch noch einen So Wenn wir jetzt Knochenmehl hätten, ne? Ja, hatten wir nicht noch Knochen dann Warte, äh, weiß ich nicht Ich schau mal kurz Achso, die, die anderen haben 40 Knochenmehl oder so Ja, hättest du mal klar noch gönnen Da sind noch Da ist noch Da ist noch eigentlich Hier sind drei Knochenmehl So Pass auf, mein Freund Ich hab einen Rubber Tree Sapling gefunden Einfach so Oh, fail So So So, nee, der Flint ist im Anmarsch Das Flint Sehr gut, sehr gut was Da hast du Da hast du Da sogar drei alter Oh, hier ist Hier krieg ich gleich noch Oh, hier krieg ich ganz viel Rubber Oh, hier krieg ich ganz viel Rubber Nils, lauf mal ein bisschen ab Ich krieg ganz viel Rubber Warte So So, ja, hier Nummer eins Zwei Guck mal, weil ich ihn weggenommen hab und wieder platziert hab, Alter So Da krieg ich schon was, ja Ich hab bis jetzt drei Nils Da kommt nochmal gleich ein bisschen eins So, ich hab vier Ich leuchte mal ein bisschen aus hier Wie viel brauchen wir dann? Ey, dieser Silverwood wächst nicht Ja, der braucht vielleicht ein bisschen Gib, lass ihm die Zeit So Nils, ich hab sieben Sieben, äh, Rubber Was hast du denn? Nils hast du ja noch gar nichts gebaut, Alter Was soll ich? Ich, 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 Max Kann ich bauen Wieso denn? Wahrscheinlich machen wir dann immer so einzelne Sessions, wo man zusammen ist, oder? Also nicht ganze Folgen, sondern Nicht nur einzelne Folgen, sondern Ja, wahrscheinlich So, hier, nochmal So, hier, nochmal Man drückt Copper-Kelde kriegst du hin, oder? Im rechten Bojack-Kelde Ja, krieg ich hin Okay, an dem rechten Zwölf Copper Äh, zwölf Rubber Nils, was kannst du jetzt bauen, Alter Was willst du jetzt machen, als nächstes? Jetzt baue ich ein Mace heute Damit wir die ganzen Erze verdoppeln können So, Copper Eins, zwei, drei Zwar, muss ich jetzt anschauen, wie der G ist Wir brauchen wieder ein bisschen Copper-Kabel Dann brauchen wir ein bisschen Refined Iron Warte mal Stick Resin, ach, das war Stick Resin, was ich bekommen hab, Nils Was? Was muss ich damit machen? Einfach brennen Was kommt dabei raus? Geht grad schneller mit denen Da raus kommt dann... Okay, ich mach das, ne, ich mach die Kabel Okay Okay